Hallo und herzlich willkommen zu SBGTV. Heute seht ihr die zweite Nachrichtensendung zum Jahresende. In diesem Video werden wir euch zeigen, was so Spannendes dieses Jahr passiert ist. Beginnen wir mit den Bundesjugendspielen und dem Gesundheitstag. Diese haben jeweils am 10. Mai und am 1. Juli stattgefunden. Bei den Bundesjugendspielen gab es neben den Standarddisziplinen auch noch diverse Fun-Wettbewerbe. Außerdem gab es noch eine Staffel, bei der sogar eine 8. Klasse, das Neugungsfach Sport und die Lehrer übertrumpfen konnte. Die erreichten Bestzeiten blenden wir euch hier ein. Ein Chapeau an alle Sieger! Dieses Jahr veranstaltete unsere Schule erstmalig einen Gesundheitstag, bei dem es viele tolle Projekte gab. Hier ein paar Eindrücke davon. Der Gesundheitstag ist übrigens im Rahmen eines ganz besonderen Projektes entstanden, dem Erasmus-Plus-SOS-Projekt. Davon dürftet ihr eigentlich schon gehört haben, wenn auch nur über eine der vielen Durchsagen. Ansonsten haben wir darüber auch schon ausführlicher berichtet. Zu dem Video kommt ihr hier oder ihr klickt einfach da oben auf die Infocard. Auch in diesem Jahr gab es wieder ein Sommerkonzert. Dazu haben wir auch noch mal ein paar Eindrücke, die wir euch zeigen wollen. Musik Jetzt gibt es noch diverse Infos für euch. Am 27. Juli, dem letzten Schultag, findet wie üblich ein Gottesdienst statt. Dieser beginnt um 8 Uhr und ist im Park hinter dem Neubau geplant. Um 8.45 Uhr startet dann die Klassenehrerstunde, in der ihr eure Zeugnisse bekommt. Die Schule endet um 11 Uhr und dann werdet ihr in die Ferien entlassen. Schulstart ist dann am Montag, den 12. September, zur zweiten Stunde. Die kommende K1 trifft sich aber erst zur dritten Stunde mit den Tutoren. Die kommenden Fünftklässler werden dann am Dienstag, den 13. September, um 16 Uhr eingeschult. Habt ihr euch schon immer mal gefragt, was es noch so gibt in unserer Schule, außer die langweiligen Klassen und Fachräume? Dann ist unser aktuelles Projekt genau das Richtige für euch. Zwei SPGTV-Teams erkunden gerade alle verborgenen und vergessenen Orte dieser Schule. Zu dem Video gelangt ihr, wenn ihr hier hinklickt oder wie gehabt auf die Infocard. Das war es dann auch schon für dieses Jahr. Denn wir gehen nämlich auch in die Sommerpause. Wir wünschen euch noch alles Gute und hoffen, dass wir euch nächstes Schuljahr wiedersehen.